Es geht weiter bei Silent Hill 2. Wir gucken uns jetzt dieses Ding hier an. Eigentlich kann James daran drehen. Warum macht er es nicht? So, und ich weiß auch die richtige Position noch. Wir müssen den... Den grünen da hinkriegen. So. Nein, 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 nein. Den grünen... Nee, wie war das denn? Man muss den grünen... Hm. Ich glaube so, dass der grüne... Halt... Kopf... Ist das richtig? Ist es richtig? Ja, es ist richtig. Maria, ich dachte, das Ding hat dich töten. Are you hurt bad? Not at all silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator. And then... James? What are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey. Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Ja, sehr verwirrend. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Nein, sie sagt nichts. Sie legt sich schon mal ins Bett. Ja, merkwürdig, dass die wieder da ist. Dass sie von einem Videoband erzählt. Von der Zeit im Hotel. Da war der James hier überhaupt nicht mit ihr. Boah! Habt ihr das gehört? Oh fuck, ich bin... Jetzt geht's nämlich los. Ich habe eine Drahtschere. Oh, scheiße. Jetzt ist da unten überall, keine Ahnung, der Pyramide Head. Oh Gott. Einfach rennen, James. Renn einfach. Einfach rennen. Einfach rennen, das Ding ist doof und... Oh fuck. Ich muss jetzt ganz zum Anfang zurück. Da kann ich die Drahtschere benutzen. Wo war der Anfang? Hier? Ich weiß es nicht. Nein. Oh shit. Da? Ja. Oh nein. Das ist gerade so schlimm für mich. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Oh fuck you. Renn, James. Renn einfach. Renn einfach, James. Renn einfach, James. Oh Mann. Ich will hier nur weg. Äh? War das jetzt dumm? Oder nicht? Ich weiß es gerade. Das war dumm. Oh Gott, ich muss zurück. Nein, 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 nein. Lauf, James, lauf. Renn um dein Leben, um mein Leben. Der ist hier unten gar nicht. Wo ist der? Hier oben? Ne, hier oben ist der glaube ich nicht. Der ist wenn nur unten. Aber hier ist ein Gegner. Ja, genau, in anderen Richtungen wahrscheinlich. Auch nicht. Ja, wo denn? Oh nein. Ich will das nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr. Wir gehen einfach in die Richtung, wo der hier herkam. Ja, oder auch nicht. Scheiße. Oh fuck. Oh nein. Nein, 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 nein. Renn, James. Jetzt kommt er mir hier entgegen. Ich weiß das. Oh nein. Hört ihr das? Ihr hört das. Das Wasser bewegt sich. Warum? Oh scheiße, Mann. Mhm. Ich höre da irgendwas, was gar nicht gut ist. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet. Ich bin gerade... Da ist ein Gegner. Aber bitte nicht der Pyramide-Head, oder? Ich bin gerade so hoch konzentriert. Das wird ihn kaputt. Wirklich, ich bin hoch konzentriert. Und ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Von da bin ich wahrscheinlich gekommen, oder? Wenn da jetzt der... Oh, supergeil. Scheiße. Dann das Ganze nochmal. Kamera ändern, bitte. Und jetzt gehe ich da her. Oh, fuck you. Ah! Der guckt so doof. Warum? James, warum guckst du so? Achso. Oh, fuck. Das ist gerade schlimm. Das ist so. Okay, jetzt wieder... ganz hoch konzentriert. Einfach laufen. Ja, was soll der schon machen, Mann? Der hat eine Pyramide auf dem Kopf. Der kann mir gar nichts. Ach, Mann. Jetzt ist es aber so ruhig hier. Es ist verdächtig. Da bin ich wieder hergekommen, oder? Ich check das nicht. Erstmal gibt es jetzt hier einen Schnitt und ich muss mich beruhigen. Dann bin ich wieder hergekommen. Nein, nein, nein.